So Leute, was geht ab jetzt? Wir kommen zu diesem kleinen Video. Heute schaue ich kein Surviving-Eins-Video, weil ich die ganze Zeit Stream-Club und an dem Server gearbeitet habe. Aber es wird euch wahrscheinlich gar nicht mehr so krass jucken, weil es ja einfach viel geiler ist. Morgen Community-Time, wie immer. Und ja, ich hoffe, euch macht das jetzt jetzt aus, was ich denke. Und jo, wir sehen uns dann morgens für Community-Time. Kommt auf jeden Fall auf den Server, wenn ihr gewhitelistet seid. Und ja, haut rein und ciao!